Ich habe einfach gar keinen Bock auf diesen Tag hier und diese Aufnahme. Ist einfach so. Einfach nur schnell durch. Bleiben Sie ruhig. Ich muss vor, ich muss übrigens 18.30 Uhr los. 18.30 Uhr muss ich los. 18.30 Uhr, perfekt. Perfekt, ich muss um 18 Uhr los, dann ist optimal. Perfekt, ich muss um 5 Minuten los sein. Ich muss um 17.35 Uhr los. Dennis, ich habe mir heute vorgenommen, wenn ich mit dir geteamt werde, ich würde gerne gewinnen. Ihr seid doch gerade geteamt, oder? Ja, ja, eben, deshalb wollte ich Dennis nochmal den Hinweis geben, ich hätte jetzt als Plan für uns angedacht, zu gewinnen. Damit er da auch einfach auf dem Stand der Dinge ist. Okay, ich habe mir gedacht, wenn wir ge-teamt werden, das verlieren. Okay, finde ich gut. Das ist optimal, das ist genau, alles nach Plan, Dennis, das läuft alles nach Plan. Das ist halt wirklich so, okay. Auch ein sehr guter Call. Torx Apex und Grimmsnau gegen Tatsugi. Warum machen wir eigentlich keine FFL-Turniere, damit wir so anderen Background haben? Was ist denn los mit euch? Beulenhelm, aha. Der reitet doch mal vor. So also, ja. Aha. Boah, was mache ich denn jetzt hier, ey? Ich erkenne hier nirgends einen Beulenhelm. Der wäre mir jetzt neu. Digger, was habe ich denn? Okay, Downy. Digger, ich kann das. Das ist echt gut, der hat Boxhandschuhe. Der hat Boxhandschuhe, ist super gewesen. Sehr stark, sehr stark. Ich schaue mir gerade mein Loopset an. Oh, scheiß, Digger. Was machst du eigentlich neben dir so? Warum bist du so langsam? Wieso ist der jetzt tot schon? Jetzt frage ich mich gerade auch, was ist mit deiner Augenbraue los? Ja, guck mal, ich hab auch krass. Ach, krass. Ach, krass. Ach, krass. Ist der Bird jetzt wieder weg? Weißt du, als ich am Anfang gesagt habe, ich würde gern gewinnen, ich nehme es zurück. Ich glaube, den Plan brauchen wir gar nicht weiter umsetzen zu versuchen. Boah, das war ein richtiger Damage, Flo. Hey, das hat ja gar nichts gemacht. Nein, das ist alles Chip-Damage für meine Kreatur, die gleich kommt. Alles cool, alles cool. Nee, aber wie zum Teufel bist du denn langsamer als das Grimmsnarl? Der hat einen normalen Move eingesetzt. Ja, ich check auch mal. Ja, aber ich bin Speedy-Grimmsnarl, hallo. Spielst du Schwerball oder so eine Kacke? Und Downy trifft doch keine Moves, Alter. Wir wollen hier gewinnen. Jetzt stirb halt nicht als erstes. Dann können wir vielleicht auch gewinnen. Downy, was ist denn ein Schwerball? Kannst du das nochmal erzählen? Was für ein Competitive Item? Schwerball, das ist ein Pokémon, mit dem kann man leichter schwere Pokémon anfangen. Ja, und was macht das im Competitive? Und das hat auch als Zusatzeffekt seit Gen 9, dass man langsamer wird, falls du das noch nicht wusste, ist Flo. Achso, okay. Wirklich? Das wusste ich tatsächlich noch nicht, ne? Ja, ich wusste das auch nicht. Kannst du gerne gleich in deine Fragen aufnehmen, rein da, ich bin für dich da. Was ist Akro, was ist er denn eigentlich für ein Loser? Können wir darüber mal reden? Okay, warte, jetzt wusste ich jetzt nicht. Er ist echt Loser gewesen. Sie haben auch zweimal den Fogel gemisst, gegen den anderen Gaurnings gemacht. Ich hoffe, der kann jetzt mal was machen, was nicht Aqua-Knarre haltet. Also, kann er bestimmt nicht, aber... Rankenhieb kommt jetzt, pass auf. Ne, ne, ne. Ich sag's dir. Ne, das kann der nicht. Mach ich denn jetzt? Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht im Moveset von dem Teil drin ist. Okay. Aber jetzt kommt... Hitzekoller! ...was Damage. Hohoho. Ja, wir müssen ja Damage machen, wir müssen irgendwie... Ja, 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 hol mal dir, hol mal dir. Hype stark. Watch out, watch out, watch out! Boom! Boom, Junge! Und jetzt ist so krank. Der Blizzard. So seh ich dich gerne am Poch. Der Blizzard. So seh ich dich gerne am Poch. Let's go! Let's go! Let's go! Jawoll! Und wir am Kochen gesetzt, dodge da auch noch easy. Digga, was war das denn? Das ist so ne Enttäuschung, dieses Ding. Holy shit. Junge, der hat mehr Blizzards gemisst, als getroffen bisher. Ja. Das ist leider sehr traurig. Ach, du Kacke. Bonk. Oh mein Gott, Downey, watch this, watch this, watch this. Hast du so rechte Hand für mich oder sowas? Ne. Ne. Wird sich auch nicht lohnen. Ne, 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 ne. Perfekt. Oh mein Gott, Downey, du bist so gut. Du bist so gut. Wir gewinnen heute. Du checkst dich, was ich eingesetzt hab. Dammfalze. Ne, weiß ich auch nicht. Boah, Speedkontrolle. Speedkontrolle sind doch vorne alle. Was ist denn daran, ihr werdet auch vorher schon die Schnellsten gewinnen. Ja, aber jetzt sind wir auf jeden Fall schneller. Ja, aber jetzt sind wir noch schneller. Ja, genau. Darum geht's. Es geht ums Prinzip, einmal meinst du zeigen, wie es geht. Pokémon hinten so. Stark. Pokémon noch hinten so. Stark. Ich weiß jetzt auch nicht, worauf wir das hinbekommen. Oh, ja. Oh, schöner Schaden. Guck, easy. Gar kein Stress. Hier, rote Karte, hau ab, Mann. Ja, besser ist auch. Danke, danke, du hast mich befreit, Alter. Das find ich gar nicht so schlimm. Oh, wer kommt rein? Ah. Oha, Salatze. Salatze. Salatze, das ist ein Spitzname, gut zu wissen. Lass den nicht treffen von hier Dings, ne. Hier Dings. Das gute alte Salatze. Salatze. Richtig, richtig. Hm, mach ich ihn jetzt. Das hat ein Latzel an, wusstet ihr das? Das ist so, dass der Ganzkörperanzug da hat. Das nennt man auch Latzel im Bayerischen. Alatzle? Oh, Alter. Guck, Alter. Wie Volltrottel. Oha, wie stark. Junge, ich bin so am Weg-Bababu-Boy. Weg-Bababu-Boy. Oha. Jetzt fliegt er und hat damit keine vierfache Bodenschwäche mehr. Sogar gar keine Bodenschwäche, verdammt. Das ist richtig. Nein! Nein! Ja, ja, meine Freunde. Ja, 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 ja. Richtig stark gemacht. Scheiße. Der hat uns echt gespielt, Dennis. Der hat uns echt gespielt. Egal, ich quitt von uns. Auuuutsch. Was soll denn? Dennis ist jetzt so fies. Oh, scheiße. Oh, das war ein Double-K. Schade. Verpaste euch. Das wird locker ein Triple-K. Ich hätte gern Beschwerde noch einreiben. Oh nein. Hättest du mich gern? Okay. Kommt auf meinen Notizpost. Weil ich sag, Frühling ist die schlechteste. Schreibt doch in die Kommentare, was euer Lieblingsport ist. Oh. Oh, ich hab den Sash. Dreckiger. Hallo. Ich hab einfach gelesen, dass du nicht mehr vom Typ Feuer sein musst. So. Riesenarbeit auch so auf Sash runtergeknallt, sag ich. Alter. Größer als Epitaph. Weiß ich jetzt nicht. Na, ein bisschen. Ne, weiß ich ja nicht. Was soll denn jetzt? Was soll denn das Auge? Flosse. Flosse. Ich bin bereit, Flosse zu geben, Dennis. Ich weiß nicht, warum du den Shiny gemacht hast. Ich kann's mir ehrlich gesagt echt nicht erklären. Ja. Ich find das auch ein bisschen ekelhaft. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch. Mach ich den. Ihr schafft das schon. Aber ich muss immer noch sagen, Denzels Outfit ist das Beste und der hat bis hierhin auch nix. Das ist korrekt. Also niemand anderes hat nachgezogen jetzt seit der Länge der Aufnahme. Das ist richtig. Ich hab nach der Aufnahme gesagt, ich mach auch, aber dann... Du hast es nicht gemacht, ey. Ihr habt euch da nicht so viel Mühe gegeben. Das ist richtig. Dennis investiert hier am meisten sehr Spaß. Wieso miss ich den? Degger. Joa, lass ich euch tank in Ruhe. Ich bin aber auch tank in Ruhe. Warum so viel Schaden? Degger. Greift ihr euch eigentlich auch irgendwann mal gegenseitig an? Habt ihr nicht einmal gemacht? Nein, weil ihr immer die seid, die mehr Pokémon übrig haben als wir. Das liegt im Klang gar nicht. Das liegt im Klang gar nicht. Das ist überhaupt nicht. Wah-Wah. Was soll denn? Wah-Wah. Was für Chien-Pau? Wer ist das denn? Moin. Ja, hallo. Natürlich. Woh. Wollt ihr mich... Okay, immerhin. Ich wollt grad sagen, wenn das jetzt noch Grey Tusk ist und die einfach Lupineon und Razav gegenüberstehen, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Weiß ich aber auch nicht, Alter. Entsteh ich jetzt euer... Euer... Den weh sich aber euch nicht mehr. Hm. Okay. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Razav könnte es auf mich abgesehen haben. Na. Glaubst du? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja. Oh, 69 KP. Oh, auf 69 KP. Okay, okay. Oh mein Gott. Protzer. Okay, okay. Hm. Filmgast ist mein letztes Pokémon, by the way. Hey. Das gibt... Also, ganz ehrlich, so oft wie ich... Das war dein letztes Pokémon. Jetzt ist aber... Das ist richtig. Ich bitte benutzen sie in meinen Videos die richtige Zeitform. Ich achte sehr auf Grammatik und Rechtschreibung. Ja, du bist ein Hurensohn. Ja gut, ist okay. Das finde ich jetzt. Das hat ein bisschen weh getan, muss ich gestehen. Also jetzt fühle ich mich angegriffen und fühle mich auch technisch gemobbt. Dauni. Das macht leider gar nicht mehr so viel. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dauni. Watch this. Watch this. Was ich jetzt eingesetzt hab. Ich seh dein Cooking. Ja, ja, ja. Ich schau mir dein Cooking an. Ja, ja, ja. Du checkst nicht, was ist hier passiert. Das ist gerade Live-Cooking an der Stelle. Richtig. Rückenwind. Das geile Live-Cooking, Freunde. So möchte ich das sehen. Ihr wisst schon gegen Akrosteller. Ja. Dauni und ich haben Blut in unseren Augen. Ja, das kriegen wir in gar keinen Stress, Freunde. Ihr habt euch nach wie vor nicht einmal gegenseitig angegriffen. Da kenn ich gar nichts. Ja, möchte ich nur noch mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen. Das ist doch auch kein Problem. Du wolltest doch verlieren. Wir sind ja jetzt auch in einem neuen FFA-Meter. Genau. Da muss man sich auch nicht mehr gegenseitig machen. Ach, jetzt auf einmal macht er's, ne? Ja, ja. Ja, ja. Da direkt Denzel entledigt, so als er ihn nicht mehr gebraucht hat. Rückenwind hat er sich noch geben lassen. Ja, natürlich. Genau so, wie es sich gehört. Ich fühl mich sehr benutzt, muss ich gestehen. So spielen wir das hier. Ja, Dennis, man muss auch einfach mal, manchmal muss man eben Dinge auffahren. Ja, easy back attack. Easy. Du hast noch einen Mon, oder? Ich glaub, du hast noch einen. Ja, natürlich. Ich hab so einen. Dennis, es läuft alles nach Plan. Das war alles geplant. Aber Dennis, ich fand auch gut, dass du Rückenwind aufgesetzt hast, statt auf Rasa zu gehen. Wenn Downy noch zwei Pochum hat, fand ich absolut in Ordnung. War das sinnvollste, was du machen konntest an der Stelle. War ein starker Play von ihm, muss man einfach sagen. Kann man kein Auge machen. Ich wollt ja danach. Ohhhh. 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 Trommelwirt. Ohhhh. Alter. Oh, Rücken hat sich gedickt da. Ey, aber die Vergiftung hätte jetzt gerne mal noch kommen können, so, ne? Sag ich wie es ist. Ja, ich glaube, die wär aber... Ja, die hat mich ja jetzt nicht gekriegt. Stark Downy. Das war spannend, Alter. Wow. Wow. Ja. Wow. Doch, fand ich auch gut. Ich finde, wir haben heute sehr gut performt, Dennis. Wir lassen uns da nicht lumpen und es von den anderen versauen. Das haben wir gut gemacht. Finde ich doch. Wir haben hervorragend zusammengespielt und... Das war 1A, also nächste Draftliga, wo man zusammenspielen kann. Dennis und ich brauchen gar nicht antreten, weil wir haben schon gewonnen. Genau, die sind ohne zu machen. Genau, die sind ohne zu machen.